Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute geht es vom Rotstern, die Schockies, 35 Stück. So, Schockies, das sind kleine Reviers mit Tiermotiven aus Vollmilchschokoladen. Also, Hase, Hund, Katze, Eichhörnchen, Igel und Euler. So, Vollmilchschokolade, Zutaten, Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Sahnepulver, Vollmilchpulver, Milchfettemulatoren, Sojalecithin E476, Aroma, Kakao, 30%, mindestens. Enthält Soja, kann Spuren von Erdnüssen und Haselnüssen, Walnüssen, Mandeln, Weizen und Ei enthalten. Nährwert in 100 Gramm. Brennwert, was? 2204 Kilojoule. Und 528 Kilo Kalorien. Eiweiß, 5,4 Gramm. Kohlenhydrate, 43,4 Gramm. Fett, 32,5. 100 Gramm. Mein lieber Herr Geschloss, Sankswagen. Das sind also richtige, ja, Fett-Tabletten kann man ja bald sagen. So, Rotstern, Niederlassung Saalfeld. Die Schachtel habe ich bei Norma gekauft, habe ich vorher noch nie gesehen. Und dann wollen wir mal testen. So sehen sie also aus. Die kleinen Tierchen. Ups. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Das sind also wirklich ganz kleine Schokopädchen. Ja gut. Ich sage mal, sie sind nicht zu süß. Sie sind eher, ja, ich würde sagen, bald, man schmeckt das viele Fett raus. Also man merkt ganz schön, dass die, viele kann man davon nicht essen. Ich glaube, wenn ich so ein ganzes Paket weg machen würde, das würde wahrscheinlich dann nicht lange dauern, da würde ich über der Schüssel knien und komische Namen rufen. Naja gut, das war jetzt dieses Video dazu. Also ehrlich gesagt, ich werde mir die nicht mehr kaufen. Ich finde sie nicht empfehlenswert. Also mir schmecken sie nicht. Deswegen werde ich sie definitiv auch nicht mehr kaufen. Aber nun gut. Das war meine Meinung dazu. Eure kann ja ganz anders aussehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Ihr könnt auch unten in der Beschreibung, kommt ihr zu meiner Facebook Seite. Dort könnt ihr auch mal ruhig mal vorbeischauen. Teilt sie, das hilft mir, das hilft euch. Und ja, achso, das Wichtigste hätte ich aber noch vergessen. Wenn ihr hier auf diesen Finger drauf drückt, dann kommt ihr zu meinem Hauptkanal. In diesem Hauptkanal geht es in erster Linie über Überraschungseier. Aber schaut doch mal rein. Vielleicht gefällt es euch. Wer weiß. Ansonsten war es das erstmal. Jetzt mit diesem Video. Lasst euch überraschen, was das nächste Mal kommt. Und danke fürs Zuschauen und Tschüss.